Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aufs TGAM Studio. Mein Name ist Master Schöder und wie wir sehen an dieser Fischstandsanzeige, wir haben nicht mal mehr ganz 200 Liter hier drin. Und es steht auch nichts mehr auf dem Hof, das heißt wir werden das, was wir jetzt da drin haben, natürlich ausbringen. Und werden danach dann im Shop uns wieder ein neues Spritzgut, wie heißt das? Pflanzenfrooks, Dünger, Dünger, Flüssigdünger. Werden wir uns besorgen müssen, damit wir dann dort auch loslegen können. So, dann wollen wir das mal hier alles ausklappen. Und dann müssen wir hier mal ordentlich spritzen. Der zieht man aber dann wenigstens nach dem Kalken, wo man dann einmal spritzen muss, weil der Kalk verschwindet jetzt, wenn wir jetzt spritzen. Der ist dann nicht mehr sichtbar. Bin ich auch ein bisschen eigenartig, aber gut, na gut, kommt ja Flüssigkeit drüber. Kann ja sein, dass er sich dann mit in den Boden rein verzieht. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon einmal wieder gedüngt, das heißt 50% der Düngung ist erfolgreich, bringt uns natürlich auch dementsprechend mehr Ertrag. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel wir hier vom Hafer dann runterkriegen. Beim neuen Feld, beim alten haben wir ja auch schon ordentlich Hafer gekriegt und dann könnte man auch noch jede Menge Hafer verkaufen. Äh, wo ist das denn da, wie soll der da jetzt nicht? Was? Okay, das sieht ja wirklich aus. Ist das die Stelle, wo ich mal gebremst hatte mit dem Fahrzeug? Irgendwie, hm. Nicht komisch. Oder da war noch gedüngt oder so, oder? Ah ja, da war bestimmt noch gedüngt, das ist die Stelle, wo ich mit einem Mähdroscher reingefahren bin in die Saat. Und, das ist ja interessant, das ist ja dann doch interessant, dass das so dann noch wieder zu sehen ist. Weil da ist ja noch voll gedüngt, da muss ja kein Düngemittel drin. Auch wenn da jetzt welches rausfallen wird wahrscheinlich aus unserem Feuer oder aus unserer Spritze. Weiß ich ja nicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt, also wenn man da überschneidet, ob dann da überhaupt was rauszieht. Ah doch, müsste eigentlich, ne. Weil es geht ja auch irgendwo sich hinstellen und das Ding leerlaufen zu lassen, das funktioniert, ja. Macht man natürlich nicht, weil es ist unsinnig, aber es funktioniert. Hier, also da sieht man also danach, wo man in die Saat reingefällt. Das ist ja geckig. Schön. So, jetzt sind wir gleich alle. So, das war's. Und wir werden jetzt dann das ganze Ding hier zusammenklappen auf der Heimfahrt. Hallo? Zusammenklappen, danke. Und dann müssen wir nochmal anständig Düngemittel holen. Einmal die Spritze voll, sind glaube ich 1300 Liter, wenn ich recht informiert bin. Oder 1600 sogar. Weiß ich gar nicht. Gut, aber was soll's, so ist es halt. Und dann können wir weitermachen. Na gut, sind wir halt wieder mal unterwegs. Allerdings auf den amerikanischen Straßen, auch auf der falschen Straßenseite. Und, naja, es geht auch der Nacht entgegen. Also wir haben es jetzt schon wieder 19 Uhr. Ich wollte heute zumindest noch, also mit dem quasi Ingame-Tag wollte ich noch so weit kommen, dass ich gespritzt habe. Und eigentlich wollte ich auch noch Fliegen schaffen, aber ich glaube, wenn das dann zu dunkel wird, dann werden wir lieber rüberbringen über den Tag. Oder über die Nacht. Und dann haben wir natürlich unsere Pferde wieder zu pflegen, dann haben wir dann wieder ordentlich was zu tun. Und natürlich am nächsten Morgen werden dann nochmal die Eier verkauft, um mal zu gucken, was da so eine tägliche Produktionsgruppe dazu gehört wieder. Läuft's schön. Läuft die Seite links. Mal schön ruhig bleiben mit den jungen Pferden. So, und dann hoffe ich natürlich, dass unsere Pferde sich auch irgendwie mal, das ist ja schon, da freue ich mich schon drauf, wenn wir dann die ersten Pferde wegbringen können und das erste Geld davon kriegen. Weil das brückt das Konto sehr, sehr, sehr gut aufpolstern. Und dann ist auf jeden Fall, also mit den Pferden, die wir jetzt da haben, ist auf jeden Fall die nächste Parzelle da. Aber eigentlich müsste man es wirklich so rollen haben, dass man jeden Tag ein Pferd hat, quasi. Also jeden Tag ein Pferd zum Verkauf bringen kann. Dann hat man insgesamt zehn Pferde. Und dann kannst du jeden Tag, hast du die festen Einnahmen von den Pferden in Höhe dessen, was sie bringen hat. Also, über 50K sind es ja. Und die kann man dann, das kann man dann ein Pferd wegbringen, neues Rollen. Und dann hast du jeden Tag die feste Einnahmegröße von 45.000 Euro. Also das ist was, was dann richtig, richtig Geld bringt. Und wo man dann richtig, richtig viel mit, also was auch so richtig viel abwirft. Und alleine da glaube ich dran, dass das dann, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht für so ein Kleinen Hof. Weil wenn man das dann wieder reinvestiert, diese 45.000, einfach sagt, okay, das Geld, was ich durch die Pferde einnehme, das investiere ich dann halt in Kühe oder sowas. Dass man dann sagen kann, hey, wir kaufen jedes Mal dann, was eine Kuh kostet, aber es wird auch nicht mehr als 5.000 Euro kosten, glaube ich. Und wir kaufen dann halt eben jedes Mal noch neue Kühe dazu, dass wir dann die Kuhstelle irgendwann voll kriegen. Okay. Also so ist zumindest im Groben und Ganzen der Plan dahinter. Also wie ich das eigentlich mal so vorhabe. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oder ob wir denn das wirklich jetzt so halten, wie wir es jetzt haben. Wir haben glaube ich jetzt 8 Pferde, ob ich jetzt richtig bin. 8 Pferde? Und haben wir 6. Ja, 6 Pferde, gut, ja. Was ist denn auch, wenn wir die ersten beiden... Oh, was ist mit ihm los? Rusty ist nicht ganz sauber. Ich muss Rusty nochmal... Ähm, Bonan hätte ich was gesagt. Ne, ähm, putzen. Alles klar, wir müssen jetzt nochmal in den Stall reinhopsen. Ähm, das müssen wir gleich machen, das müssen wir nicht vergessen. Das können wir uns nicht leisten, sowas. So eine Schusseligkeit und... Das wollen wir uns auch gar nicht leisten. Sowas muss ich... Ach so, ich muss hier hin, ich muss bei Paletten hin. Und ich brauche einen Düngertank. Oh, 3.200. Das ist natürlich auch verdammt teuer, das Zeug, ne? Na gut. Wir haben uns für die Art und Weise entschieden, ne? Was ist das denn jetzt? Was steht da genau hinter dem... Hinter der Orser oder hinter dem Holm hier? Was steht da noch? Steht da noch einmal Saatgut? Was sagt? Da steht da noch einmal Saatgut. Wir haben einen Auftrag, den wir hatten, ne? Na gut, das war jetzt mal volllaufen hier. 1.300. Ich hoffe, dass ich damit hinkomme, beide Spritztouren damit zu machen. Aber ich glaube nicht... Ah ja, ja, ja. Das ist schon gar nicht immer so billig. Also auf schwer ist es wirklich schwer geworden. Also da kann man sagen, was man möchte. Das hat echt angezogen. Also der Schwierigkeitsgrad ist nicht weiter schlimm. Voll okay. Also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ähm... Lassen wir es auch so ruhig haben. Denn... Ja... Gut, zieht sich das Spiel einfach nur in die Länge. Aber man braucht ja auch ein paar Ziele. Und man möchte auch ein bisschen was... Auch irgendwie möchte ich das Gefühl haben, was wir gearbeitet haben dafür. Und ich finde, es ist noch nicht ganz so schlimm wie bei Gold Rush. Also... Nein, das kann sein, dass ich das in Gold Rush auch komplett falsch spiele. Dass ich das nicht richtig winkriege, dass ich in die falschen Stellen buddle und und und. Alles möglich. Ähm... Aber... Ja, wie gesagt. Also... Ich glaube, wenn ich da dahin gehen würde, wo wirklich ein bisschen mehr Gold liegt, also dann würde da auch ein bisschen was gehen. Wie gesagt, das Spiel ist nicht vergessen. Es wird irgendwann mal wieder reinkommen. Und... Ja. Also... Wie gesagt, wir haben nur so einige Sachen, die ich ruhig nochmal reingucken will jetzt demnächst. Ähm... Wo ich hier nochmal so einfach abklopfen will. Was hat sich geändert, seitdem wir da mal das erste Mal reingeguckt haben und sowas hat. Das muss ich jetzt mal irgendwann in Angriff nehmen. Allein die Zeit. Also ich habe so viele Ideen, was man machen will. Man hat leider noch nicht die Zeit dazu. Und das ist ein Spiel, was ich hier gerne, sehr gerne spiele. Also LS. Und wo ich auch richtig Spaß dran habe, das zu machen. Und das muss mir dann... Ja, und dann sage ich immer halt, okay, wenn ich spiele, dann kann ich es auch aufnehmen. Weil ansonsten, ja... Die Zeit in dem Spiel würde ich sowieso verbringen. Und ich verbringe mehr Zeit, als ich aufnehme in dem Spiel. Weil ich ja mit meinem privaten Spielstand auf der Nordkrise im Maas unterwegs bin. Da habe ich es mir auch extrem schwer gemacht. Da hatten wir noch ein paar eigene Regeln dazu genommen. Dass ich gesagt habe, naja gut, das und das machst du halt nicht oder so. Oder das musst du dann immer jedes Mal machen. Einfach nur, damit man im Spielstand ein bisschen was vor sich hin hat. Also was zu tun hat immer. Obwohl ich da sein muss, dass ich da ein ziemlich großes Feld mit Rügen gemacht habe. Wo ich dann erstmal Kohle gekriegt habe. Kein Problem. Aber das hat sich schon ganz schön gezogen. Also da haben sich dann auch die richtig langweiligen Momente von dem Spiel gezeigt. Also das muss man schon sagen. Wo ich sagen muss, ich hätte natürlich liebend gern dauerhafte Begleitung immer dabei hier mit auf dem Feld. Aber kann man nicht. Ist gerade nicht da. Wie ihr merkt, die Doris ist leider wieder nicht mit dabei. Ich hoffe, dass ich es am Wochenende dazu kriege, dass ich mich nicht mehr aufnehmen kann. Oder sagen wir mal, dass sie so fit ist, dass sie auch mit mir. Daran liegt es ja gerade ein bisschen. Könnt ihr hier mal Gewesungswünsche übermitteln. Ich glaube, das freut sich sehr drüber. So, dann geht es hier los. Mit der 4 starten wir das Spritzen. Also die Taste 4 auf dem Sidepanel ist das. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Doch habe ich schon, dass ich mit dem Sidepanel spiele. Von LS. Also vom Original LS Link Red Cross. Die ist die Seitenkonsole. Die gab es für einen kurzen Zeitraum mal einzeln zu kaufen. Dann habe ich den zugeschlagen. Ich habe gesagt, okay, jetzt gibt es die dann. Jetzt kaufe ich die auch. Weil die kann man auch in ETS nutzen und, und, und. Das ist ja einfach nur ein, einfach wie ein Controller quasi. Jede Menge Knüpfen und ein G-Stick dran. Der ein paar Funktionen hat, die man dann halt belegen kann. Also das funktioniert schon. Obwohl es sein muss, ist es in ETS nicht benutzen. Ja, weil, habe ich zwar gemacht. Äh, aber. Uff. Ja, nö. Und wie gesagt, ja, nö. So, so. Das sieht doch schon mal sehr gut aus hier. Jetzt ist doch der Acker hier einmal komplett in die Linie durch. So, dann gehen wir jetzt hier hinten gleich am Kanten lang. Das machen wir dann gleich fertig hier. Damit dann hier die Sache läuft. Dann kommt der Zug angefahren. Da hat auch schon Licht an. Die müssten wahrscheinlich auch langsam mal die Funzel einmachen am Traktor. Das war F wie Funzel. So, dann haben wir schon ein bisschen Licht nach vorne. So. Machen wir jetzt hier weiter. Immer schön drauf mit dem Dünger. So, wir haben immer noch zwei Pakete dort stehen. Das ist vollkommen okay. Ich denke mal, da werden morgen früh vielleicht drei Pakete da stehen. Also kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld am Tag da raus. Äh, wir müssen das mal beobachten im Fall. Wie gesagt. Schwierig. Aber geht noch. So, dann. Das auch durch. Dann nach hinten. So, dann steuern wir mal da rüber. Wir müssen Rusty noch pflegen. Das müssen wir noch vorm Spulen unbedingt machen. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Nicht, dass wir da nachher noch quasi wieder ein Pferd haben mit Einnahmenbußen. Oder Einnahmen einbußen, die wir nicht. Nee, das ist mir echt. Also wenn die jetzt, das machen die pro Tag machen die 5.000, das Pferd. Also, nee, dann nicht ganz 5.000, aber auch jede Menge Geld. Und mein Vorschlag, den ich mal gebracht habe, dass wir da einfach mal sagen, okay, wir verkaufen mal vier oder fünf von den Tieren. Oder zwei von den Tieren schon mal. Und holen uns dann für das Geld, was wir dadurch gewinnen. Also wir holen gleich wieder zwei neue, aber mit dem Gewinn können wir was machen. Der wurde ja nicht ganz angenommen. Da müsste man dann nochmal wahrscheinlich intervenieren und dann nochmal ganz kurz mit ihr sprechen darüber, dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, wenn wir uns auf diese Art und Weise mal kurzzeitig, klar, unsere Pferde erstmal wieder abgeben und den Fortschritt erstmal wieder wegkriegst, wieder bei 0 an den Pferden. Aber du hast natürlich den Gewinn raus. Also wenn wir jetzt alle Pferde verkaufen würden, würden wir ja schon doch bei den sechs Tierchen, die sind ja dann doch schon, die einen oder anderen sind glaube ich 17.000 schon wert. Also wenn wir ja 12.000 Gewinn pro Tier machen bei zwei. Die ist schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Dafür, dass sie dann ein bisschen Hafer gefressen haben und wir jede Menge Technik dafür kaufen mussten. Aber da könnte man sich dann schon größere Technik vielleicht leisten dafür oder halt eben die Ballentechnik da rausschlagen. Und dann einfach sagt, okay, wir geben die Pferde ab dafür, dass wir die Ballentechnik kriegen. Dass man dann vielleicht eventuell auch ein bisschen Wiese, Heu geht ja nicht, aber dass man dann Gras, äh, einen Silangeballen macht mal einmal in der Runde, damit dann die Tierchen da ein bisschen was bekommen. Na gut, wir werden ja, wenn wir den anderen Acker da drüben haben, haben wir ja noch ein bisschen mehr Grasl hier, aber eigentlich so viel auch nicht, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. So, dann hier wieder hoch. Ah, es wird aber knapp, ne, dass es beim nächsten Mal reicht, weil wir hatten noch 160 hatten wir noch drin, 755, nee, 56 ist die Hälfte. Halbvolle Spritze. Ja, also da müssen wir dann noch mal wiederholen fahren, aber die könnten wir eigentlich gleich nochmal hochhirschen zum Shop und könnten die restlichen, das restliche Zeug holen. Da müssten noch 700 drin sein und die 700, die müssen ab dem Moment, ne, warte mal, dann müssen wir davon nur noch 600 drin haben. Aber gut, das können wir dann auch hier ausladen. Also ein bisschen mehr als 3200 Dollar hauen wir raus, dafür, dass wir hier gedüngt haben zweimal. und bringt aber auch dementsprechend mehr getragen. Schön, sieht's auch. So, Rusty ist der schwarze, den, also der, was ist das, Rappe? Ich glaube, ja. So, da gehen wir jetzt mal hin, hier, springen wir mal kurz aus dem Traktor raus. So, dann gehen wir mal ganz kurz zu Rusty. Ja, der war nicht ganz sauber, der Junge. Dann bleibt ihr es nicht gut. So, dann, 5 gedrückt fürs Zusammenklacken. Und, dann können wir uns den wunderschönen Prober schrappen, oder Flug, also den tiefen Lok, da schrappen wir uns natürlich, ne, und was anderes haben wir ja gerade nicht dafür da. Und 6 Meter Flug wäre natürlich auch schon mal was Schönes. Ich könnte mal gucken, was der so kostet. Ich glaube, wenn wir das alles immer nur mit gemieden Fahrzeugen machen, dann hast du jetzt gar keine Einnahmen da drin, ne? Also, wenn du jetzt das mieten würdest, das mieten würdest, das mieten würdest. Ein paar Geräte brauchst du echt selber. Gut, dann, abgehangen das Ganze, vorgefahren. Gucken wir mal, was kostet denn so ein, ich kann ja einfach mal spieorientieren, was kostet denn so ein etwas dickerer Grupper? 3 Meter, 3 Meter, also der muss ja mehr als 4 Meter haben, weil 4 Meter hat ja unser schon. Aber der hat mit Düngefunktion, das ist natürlich auch nicht schlecht, 4,90. 6 Meter, aber der kostet schon 39.000. Und wenn wir den, ja, der würde dann natürlich auch wieder fast 2.000 Dollar kosten in der, äh, und wie, da brauchen wir 300 PS für. Oh, sag doch, haben wir nicht mal, der das ziehen könnte. Ach du, ahnst es ja nicht. 300 PS dafür. Haben wir noch andere Grobe-Eggen hier, Kreisel-Eggen-Gelumpe, das haben wir noch. Ähm, das kann man natürlich mit der D-8-30 hier koppeln. Warte mal, die D-8-30, haben wir die nicht? Das ist nicht die D-8-30? Das ist die D-8-30. Okay. Kreisel-Eggen-Gelumpe, die kostet 15.000. Kostet 95 PS. Äh, die D-8-Dingenskirchen, was braucht die? War nur Saattechnik. Die D-8-30 braucht 85 PS, macht, äh, summa summarum, naja, zwei im Sinn, drei hin, äh, weiß ich, kann nicht mehr was für bedeutet, 85 plus 95 sind 180 PS, die hätte unser großer Traktor, hätte die. Dann hätten wir bloß noch einen Arbeitsschritt, ne? Dann würden wir jetzt in die Kreisel-Ecke dazwischen hängen, dahinter die Seemaschine. Und dann hätten wir quasi uns eine Direktsaatmaschine aus unserer Seemaschine gemacht, dann müsst ihr bloß einmal fahren. Breite müsst ihr hier genauso haben, ja. Nochmal vier Meter Breite. Okay. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht. Und die AGCO 650, was ist das für eine Seemaschine? Das hier ist so ein Einzel-Korn-Pfleger, warte mal, warte mal, Einzel-Korn-Technik. Ne, doch, ne, ist kompatibel mit der AGCO 1100, was auch immer die AGCO 1100 ist. Was ist denn? Müsste doch aber sowas sein. Nö, irgendwas bis drei Meter breit ist. Was ist denn ein AGCO 650? Weiß das einer gerade zufällig? Ein Flug wird es nicht sein. Rückentechnik? Ne, Flughaur-Technik? Weiß auch nicht so. Kartoffel-Technik? Grimmel? Ne. Könnte eine AGCO sein. Oder ist das so ein Missstreuer oder sowas hier? Auch nicht. Hm. Das ist ja mal interessant. So, was haben wir hier? Scheibeneggen haben wir noch. Äh, da haben wir hier eine 5 Meter breite, 140 PS. Okay, das geht auch für 25.000. 180 PS. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Scheibenegge würde auch gehen. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt erst mal für die Kreiselecke entscheiden. Die 15.000 ausgeben, damit wir uns einen Arbeitsschritt sparen. Ne, wir sparen das Geld. Wir fahren zweimal noch, das kriegen wir hin. Aber wir wissen Bescheid, das könnte man machen. Also wir könnten uns dort den Arbeitsschritt dann ersparen und alles mit einem Gang dann machen. Das muss ich mit dir besprechen. Kann ich nicht einfach selber jetzt hier entscheiden und selber machen. Ähm. Da würdest du wahrscheinlich dann gerne auch mit sprechen wollen. Und was dazu sagen. So, ist da jetzt so Unkraut drauf gewachsen? Ne, ist noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt die Nacht durchspulen. Und sehen uns morgen früh wieder hier an dieser Ecke vom Acker. Und werden dann mit dem Tiefenlockerer beginnen, das Feld quasi umzuflügen. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like verlassen und noch ein Abo. Ich würde mich riesig freuen und uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.